DRAGONBALL GLOBAL ONLINE Willkommen zurück zu DRAGONBALL GLOBAL ONLINE Ja wir machen jetzt hier weiter Schauen was wir haben Oh ho ho ähm ähm alter hm kann man nicht mal um die genau ich muss gucken ähm was muss ich denn da jetzt machen ich weiß nicht, dass die ein bisschen verpackt ist, oder? ok, jetzt ein Boss auf jeden Fall hier irgendwo ähm ähm man sah mir versteckt irgendwie hinter uns jetzt öffnen wir den Schimmel ähm nur Maschine dabei nur Maschine dabei ach, war der Schimmel dabei, ok die machen einen anderen Schimmel hier, äh, Change, ähm, Links geht ja irgendwie nicht ähm äh 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 Woha, Gott, die lacht. Ich wollte es so spannend machen. Ähm... Ähm... Machen. Okay. Warte mal. 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 Spannende Musik 3 4 1 4 5 5 7 7 7 12 Long Irgendwas, was ich hier machen kann Ehm, hm 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 Inspekt, untersuche Massage in Suche Area of Dark Car Ehm Um 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 7 5 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 6 9 5 5 5 6 7 7 7 7 8 9 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 11 12 11 11 12 12 12 12 13 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 Alles klar. Dann kaufen wir doch mal ein bisschen. Ich freu mich, wenn wir alle Dragon Balls haben. Dann bin ich mal gespannt, was wir uns davon holen können. Was? Nein. Ich will. Verkaufen. Hier so ein Schlechter. Ein Schlechter. Ja. Hier fährt was immer um. Was ist los, Junge? Oh, warte, ich habe mich nicht ausgerüstet. Haben wir den ganzen Tag gespielt? Nein, da kann man auch Erwachsene, also der Charakter. Ja. Margin. Thumbnail. Nein. Okay. Ähm. Ähm. Das ist hier eigentlich nicht. Hm. Keine Ahnung. Nein. Wow, der macht von mir eine Affe. Und wie geht es? Ich bin ein Hund, der Gewehrfeld. Ich bin ein Hund, der Gewehrfeld. Ich bin ein Hund. Ich bin ein Hund. Okay, anscheinend... Oh, wow, zwei Quests können wir nicht abgeben. Und, wir kriegen mal eine Quests. Wir können zwei Quests abgeben. Wollt ihr eine Folge, Quests? Oh, jetzt können wir hier nicht töten. Oh, das ist die, ja. Keine Ahnung. Ich kenne das nicht, oder? Das sind die, ja. Okay. Ähm... Auf der anderen Seite sein... Ah ja, auf der anderen Seite. Ich glaube, mit diesen Monkeys habe ich mir momentan noch nichts zu tun. Und auch diese, ähm, coolen Eichhörten hier. Alter, einmal stelle ich einfach hier und der ist tot, ey. Junge, Junge. Und die brauchen wir auch. Und... 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 Das bessere Handschuhe. Nö. Hm. Und... Und fortüber. Oh, dann können wir jede Menge Muppies töten. Muppies. Nö. Nö. Slash. Brügelt mich. Ich bin stärker. Ja. Ich bin wirklich stark. Nö. Und... Schwerpunkt. Und... Nehmen wir euch nur 10. Boah, jetzt hat er verdammt stark. Und... 100. Oh, jetzt hat er verdammt stark. Ja. Ja. Wenn wir weitergehen, dann machen wir die Byte One-Nate. So. Kingman... Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Machen wir nie. Okay, machen wir nicht. Ähm. Ach, 4 HP noch. Wow. Okay. Wir haben fast geschafft. Nur einen. Okay. Oh, so ein 10er Spiel. Die ist relativ cool. So, das ist relativ cool. So, das ist relativ cool. Das ist ziemlich cool. Das hat Dragon Ball Online, also... Ich finde, das ist ein sehr gutes Spiel. Ich weiß nicht, warum... Das haben wir hier vorigen... Nicht in... Korea, sondern in Taiwan... Die das geschlossen haben. Ich verstehe, dass ich nicht hätten da echt gut Geld mit... Ähm... Machen können, wenn es noch Europa geschickt hätte. Ähm... Wenn das Spiel auch ganz normal Server hat, dann würde das relativ schnell viel Geld einbringen. Ein Dragon Ball ist sehr beliebt, würde ich mal sagen. Deswegen... Deswegen... Deswegen sollte man so ein Spiel nicht löcheln. Und jetzt... Ähm... Das ist ja so... Das ist ja so... Die haben die... Das heißt, die Rechte bekommen, ne? Aber... Die haben das... Halt... Ähm... Eine Erlaubnis bekommen. Ich weiß gar nicht, ob sie es noch bekommen haben. Ich denke mal schon. Und dann haben die Berechtigung das Spiel... Da zu eröffnen. Das ist halt das coole. Das ist wirklich... Ähm... Ja... Das hat sehr lange gedauert, ey. Das sind glaube ich drei Jahre her. 2014 hat geschlossen, oder? Und was war denn noch ein Jahr vorher? Boah... Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall schon einige Jahre her jetzt. Na ja... Wir sind jetzt ja wieder da. Und wir hoffen, dass es lange... Lange bleibt. Und wenn das mal erfolgreich ist. Und so richtig... Irgendwie mal richtig viele Spieler sind. Ja... Dann wollen die Taiwaner das bestimmt zurück haben. Aber ich muss sagen, ich kriege jetzt auch nicht mehr zurück. Aber ich muss sagen, ich kriege jetzt auch nicht mehr zurück. Kann auch irgendwann sein, dass vielleicht einer der größeren... Dinger hier in der App kaufen. Also keine Ahnung, Gamefrog oder so was weiß ich. Ähm... Also ich denke, oh, damit kann man sehr viel Geld machen. Und ja... Holen sie es sich. Das ist ja free to play. Das muss man ja auch sagen. Deswegen... Könnte man sich ja mal überlegen, ob man sich vielleicht... Mal ein oder zwei Mal vielleicht... Die solche Shop-Items... Also Shop... Wie heißen die? Ähm... Und Cash hat diese Dinger holt. Die US... Die Dinger. US-D-Dinger. Oder wie heißt. Keine Ahnung. US-D. Nicht Cash. Oder Cash. Was auch immer. Wenn man sich das mal holt... Der ist vielleicht nicht verkehrt. Mein Name mit ähm... Gibt den Server so gesagt ein bisschen Geld und... Unterstützt die Jungs ein bisschen. Muss man natürlich nicht machen. Aber kann man machen. Damit der Server lange wie möglich bleibt. Vielleicht gibt es immer noch ein zweites Prankful Online. Wenn der Revolution es auch so weit schaffen sollte. Ich finde es auch so weit. Mal schauen. Ich gucke später mal. Ja... Ähm... Ja... Ich gucke... Ja... Ich gucke... Ich gucke... Ja... Ich gucke... Ich gucke... Mal annehmen... Ich gucke... Den sollte ich mir nicht anlegen... Ich gucke... Mal annehmen... Was soll ich denn erzählen? Weih... Mal annehmen... Ist schwer, ne? Aber ich mache erstmal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis dahin Tschüss